Meinen Leute und herzlich willkommen zurück zu unseren Community Tools. Heute geht es um Conways Game of Life und wer das Spielchen kennt, der weiß, dass am Ende meistens das Ganze nicht so schön ausgeht, dass relativ selten irgendwas überlebt, aber ja, ich finde die Implementierung ziemlich, ziemlich spannend und ich muss sagen, es macht auch irgendwie Spaß damit rumzuspielen und man kann hier relativ viel einstellen, zum Beispiel könnte ich hier sagen, ich will, dass das Tool irgendwie, sagen wir mal 50 groß ist. Das wird jetzt von meiner Seite aus nicht ganz auf den Bildschirm passen, deswegen mache ich es jetzt mal nur 30 groß und dann kann man hier zum Beispiel einfach sagen, man initialisiert das Ganze zufällig, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein bisschen kleineren Bildschirm, damit ihr es auch alles gut erkennen könnt und die Schrift nicht zu klein ist oder so und ja, dann kriegt man hier zufällig lebende Partikel und nach Conways Game of Life sind die Regeln folgendermaßen und an der Stelle natürlich auch wieder die Implementierung ziemlich, ziemlich spannend und zwar folgendes Szenario. Wenn wir hier einen Block von 3 Kreuz 3 Zellen angucken, also zum Beispiel das hier rechts oben, es geht immer um 3 Kreuz 3 Zellen, wenn jetzt hier unten 3 Zellen leben, also blau heißt lebend, 1, 2 und 3, dann würde im nächsten Zug die mittlere Zelle anfangen zu leben, weil sie halt einfach geboren wird. Das heißt, man braucht immer 3 Stück, die erzeugen dann sozusagen eine neue Zelle. Eine Zelle mit insgesamt weniger als 2 lebenden Nachbarn, das heißt zum Beispiel, ähm, diese Zelle hier oben, ne, schlechtes Beispiel, ähm, ähm, wir haben hier gerade keine, doch die hier, diese blaue Zelle hier, die ist ja gerade am Leben. So, und wenn eine Zelle jetzt weniger als 2 lebenden Nachbarn hat, das heißt 1, dieses blaue hier und ansonsten hat sie keinen lebenden Nachbarn, dann stirbt sie in der nächsten Generation an Einsamkeit. Ähm, so ist leider die, naja, ähm, die Regel. Und eine Zelle mit 2 oder 3 lebenden Nachbarn, die bleibt einfach bestehen, das heißt zum Beispiel, diese blaue Zelle hier, die hat 1, 2 lebenden Nachbarn und alle Zellen, die mehr als 3 lebenden Nachbarn haben, also 4 oder mehr, zum Beispiel, ähm, diese Zelle hier, um die herum gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zellen, ähm, die wird sterben, weil Überbevölkerung. Und, ähm, dadurch passiert eben eine relativ witzige Simulation, man simuliert dann quasi einfach einzelne Lebensabschnitte, also Generationen im Endeffekt. Und, ähm, ja, es gibt auch mehrere Interpretationen davon, also zum Beispiel irgendwelche biologischen, ökonomischen, chemischen, ähm, physikalischen und so weiter und so fort. Als Automaten kann man das Ganze auch, ähm, darstellen oder interpretieren sozusagen, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf, ähm, eingehen genau. Es gibt einige statische Objekte, zum Beispiel einfach solche Blöcke, also wirklich nichts außenrum, ähm, diese 4 Dinger hier, die bleiben einfach immer genau gleich, zum Beispiel. Es gibt aber auch wirklich zyklische Blöcke, das heißt, welche, die einfach sterben, leben, sterben, leben, sterben, leben. Und das ist irgendwie echt cool, ähm, es gibt auch so Sachen wie Raumschiffe oder sowas, also da gibt es wirklich enorm viele Dinge, ihr könnt euch ganz, ganz gerne mal den Wikipedia-Artikel dazu, äh, durchlesen. Ich möchte jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, ich möchte euch am liebsten mal damit am besten ein bisschen rumspielen lassen, ähm, und den Speed hier mal ein bisschen runterstellen. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf Play und dann sehen wir hier, die Zellen, die blauen Zellen leben und dann sehen wir hier unten haben wir schon so ein zyklisches Ding. Leben, sterben, leben, sterben. Die in der Mitte lebt dauerhaft und die beiden an der Seite, die sterben die ganze Zeit. Oh, und jetzt hat sich was verändert, jetzt ist es nicht mehr so zyklisch, jetzt haben wir hier drüben noch ein bisschen was. Ähm, das heißt, hier sehen wir dann wirklich, wie es so hin und her geht. Ich finde es irgendwie faszinierend, es macht auch mega viel Spaß, damit rumzuspielen. Das heißt, ähm, ja, an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an unseren Tool-Verfasser. Oh, ich habe den Autor noch gar nicht eingetragen, mache ich natürlich sofort und zwar der Autor ist lieber 0-1. Ähm, Link natürlich kommt sofort, sorry, dass er noch nicht da ist und ja, ähm, nochmal vielen, vielen Dank und ich finde es mega spannend. Schaut euch einfach mal an, was jetzt hier nach einer kurzen Pause passiert ist. Das Ding bleibt einfach statisch stehen, das hier auch und das hier oszilliert, das hier oszilliert auch. Also ich finde es ziemlich, ziemlich cool, ähm, und ja, Dankeschön nochmal, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.